Ich kann heute Grand Champion werden und dazu brauche ich nur eine Vierer-Win-Streak. Welchen Rang hast du, Akzo-Alien-Rocket-League? Schreib's mir in die Kommentare. Okay, Krizzle und ich, wir haben beide die exakt selben MMR, 1407. Das heißt, wir beide brauchen nur drei, nee, vier Wins. Oder drei? Ach, keine Ahnung. Wir brauchen halt Siege auf jeden Fall, um Grand Champion zu werden. Wir sind so nah dran, wie schon lange nicht mehr. Der Ball kommt aber gefährlich aufs Tor. Er hat ihn aber nicht. Ich auch. Oh, das war nicht so. Aber hab ich... Aber Krizzle hat den... Okay, das ist ein ziemlich wilder Anfang. Ich wollte den Ball halt touchen, aber ich dachte, er spielt den Ball nochmal hoch. Hat er nicht getan. Er hat mich halt unterfahren. Deswegen blöd, aber der Ball kommt gut. Da kann ich nochmal nachgehen. Double Tap! Ja, aber du... Okay, das wäre ein schöner Double Tap geworden, aber leider nicht. Ja, jetzt ein Pass zu mir. Wichtig, ich zu dir zurück. Krizzle! Du hättest den Ball doch nur noch reinschieben müssen, oder? Wir treffen mal wieder das Tor nicht. Es ist unglaublich. Aber es ist okay, da kann ich erstmal raus. Ariel nicht. Hallo? Der Ball geht an die Decke. Krizzle ist dazwischen. Er dachte wohl, ich wäre da komplett outplayed. War ich... Nicht, glaube ich. Aber es ist okay, den Ball nochmal rüberlegen. Ich habe halt zu wenig Boost. Egal, einfach draufgehen. Jetzt vielleicht ein Fifty forcieren. Ja, also... Naja, es läuft gerade noch nicht so gut. Ja, den Ball kurz annehmen. Vielleicht ein Pinch. Oh, der ist gut. Ich bekomme den. Dom! Auch ich? Warum? Das war eine gute Aktion. Der Pinch war gut. Wir spielen... Ja, er rammt ihn weg. Der Ball ist drin. 1 zu 1. Worauf ich eben hinaus wollte. Wir spielen eigentlich richtig gut. Wir machen halt nur... Bekomme ich den Ball nochmal runter? Nein, ich nicht. Kofi bestimmt schon, aber der Dom, der kann das nicht. Also, wir spielen wirklich richtig gut. Wir dominieren eigentlich alle Gegner, aber wir machen halt die Tore nicht rein. Und deswegen bleibt es immer super knapp. Den Ball kann... Kann er nochmal wegspielen? Vielleicht kann ich nochmal ihn ein bisschen bei der Recovery nerven. Krizzle, bekommst du den Ball vielleicht jetzt dafür? Oh, der kommt, glaube ich, zu uns zurück. Kann ich aber erstmal annehmen. Vielleicht jetzt... Ja, die Idee war gut, aber... Ja, die Idee war halt auch nicht so gut. Ich will gar nicht auf unsere Zorchancen gucken. Jetzt nochmal Passing Plate zu Krizzle. Machst du ihn jetzt rein? Nein, aber ich... Oh, das ist... Das ist alles irgendwie auch so unlucky. Ich weiß nicht. Aber, ja, es ist so... Wir brauchen nur ein Zor. Kann ich da drauf fahren? Ich glaube, ja, das kann er nicht mehr gut hinbekommen. Ja, schön. Oh, da war ich, glaube ich, noch nicht auf dem Boden. Aber Krizzle! Ja, Mann! Nochmal kurz Speedflip-Kickoff. Ja, es geht schon in eine gute Richtung, ne? Aber noch lange nicht perfekt. Oh, oh, da muss ich nochmal kurz dazwischen gehen. Komme ich... Ja, so ein bisschen. Ihn habe ich gerammt. Sorry, ich bin da. Oh, ich bin down. Jetzt nochmal kurz mit einem Aerial vielleicht raus. Ja, gut. Ich werde weggerammt. Ist aber okay. Okay, der Gegner ist noch nicht da. Vielleicht nochmal Double-Tap rein in die Mitte. Ja, Krizzle ist nicht ganz da. Vielleicht kann ich nochmal kurz dazwischen gehen. Wichtig, wenn du einen Fehler machst und vorne den Ball nicht gut drauf... Was? Was war das bitte für ein Pinch? Und wir gewinnen die Runde. Noch 18 MMR. Mir persönlich macht Rocket League wirklich aktuell so großen Spaß wie lange nicht mehr, weil sich die ganzen Runden irgendwie auch so gut anfühlen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe endlich mal meine Settings ein bisschen optimiert. Oh. Denn ich spiele jetzt endlich in 4K und in 144 FPS. Und wenn du auch so spielen möchtest oder generell einen neuen PC brauchst, dann schau doch gerne mal bei meinem neuen Partner MyPC vorbei. Denn dort findest du auf jeden Fall deinen perfekten PC, der auch noch in dein Budget passt. Und du musst dir keine Sorgen vom Aufbau eines PCs machen, denn dein PC kommt schon zusammengebaut bei dir zu Hause an. Ich habe mir zum Beispiel diesen PC ausgesucht mit einer RTX 3060, einem Ryzen 5600 und 16 GB RAM. Und damit kann ich zum Beispiel Fortnite mit 243 FPS spielen. Aber Rocket League bestimmt auch. Und ich finde für 819 Euro ist das auf jeden Fall ein richtig günstiger Preis. Und genau das sagen auch die Bewertungen auf Trustpilot. Und unter dem PC bei Kunden kaufen auch, findest du das Mauspad, das du mit meinem Code kostenlos bekommst. Einfach im wahren Korb DOM eingeben und dann hast du einen PC und ein neues Mauspad. Checke also MyPC super gerne mal aus. Es ist in der Videobeschreibung und in meinem angepinnten Kommentar verlinkt. Oh, der Gegner kommt. Kryzl, pass auf. Kryzl, pass auf. Ich sollte vielleicht auch auf mich achten. Ich habe nur auf Kryzl geachtet gerade. Manchmal, ja, lieber auf dein eigenes Spiel achten. Der Ball ist aber gut. Vielleicht bekomme ich ihn nochmal einmal. Ja, aber ich glaube, damit hat Kryzl gerade nicht mehr gerechnet. Also, das meine ich halt. Wir haben so ein bisschen Pech, weil wir ja zu viel nachdenken. Manchmal den Ball nochmal verlängern oder rüberspielen. Oder beide drauf geht oder niemand drauf geht. Oder nur einer. Es ist schwierig gerade. Aber generell, wie gesagt, mir macht das Spiel aktuell großen Spaß. Und ich glaube einfach, dass wir mittlerweile Grand Champion auch verdient hätten. Und wir sind nicht mehr weit weg, außer an diesem Ball. Er hat halt zu wenig Boost, um da noch Momente auf den Ball zu bekommen. Aber es... Der Ball kommt gefährlich. Aber er droppt sich. Abwarten. Ein bisschen mal das Moment zum rausnehmen. War eine falsche Entscheidung. Der Ball kommt ganz blöd. Wenn er drin ist, geht es auf meine Kappe. Tut er aber nicht. Wichtig. Kryzl schön nach vorne. Ich bin nervös. Aber noch eine Minute. Wenn wir die Runde... Ich bin zu weit weg. Aber ich will die Runde einfach nur irgendwie gewinnen. Auch gerne mit einem 1 zu 0. Nur das wäre vollkommen okay. Der Ball... Ja. In die Mitte noch einmal. Quer. Quer. Ich gehe wieder weg. Da kommt er quer. Endlich. Aber... Oh Gott. Wie lange das gedauert hat. Drei Jahre gefühlt. Und wir gewinnen die zweite Runde. Noch 9 MMR bis Grand Champion. Und das müsste jetzt eigentlich das Uprank-Spiel sein. Noch 9 MMR. Heißt, wenn wir die Runde jetzt gewinnen, dann bin ich... Grand Champion. Aber wir müssen die Runde erstmal gewinnen. Deswegen Ruhe bewahren. Aufs Spiel konzentrieren. Der Ball könnte gefährlich kommen. Aber schöner Zwischengang von Kryzl vielleicht. War ein bisschen risky von mir da drauf zu gehen. Aber ich konnte den Ball gut prädikten. Deswegen... Ja. Der Ball kommt auch nochmal gut. Für mich einmal ein Touch. Vielleicht mal kurz den Ball nochmal in die Mitte. Wo ist Kryzl? Nicht so richtig da. Vielleicht hier für dich. Oh. Ich... Ich... Ich will nicht. Mach du. Ich will... Ich bin da blöd auf dir drauf gelandet. Sass. Ich sag ja, wir haben manchmal ein paar Entscheidungen dabei, die ein bisschen... Oh, jetzt sind's. Jetzt vielleicht in die Mitte oder mach selber. Oder in die Mitte vielleicht. Oder mach selber. Vollkommen okay. Ich muss jetzt los. Mein Battle Bus, komm. Noch ran. Zum Glück am Tor vorbei. Weil Mitnahme war auch okay. Jetzt... Oh, das sieht gut aus. Ich werde ein bisschen gerammt vom Kollegen... Nochmal. Okay. Jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Aber Kryzl... Er bekommt den Ball nicht rein. Blöder 50. Jetzt aber... Ich bin zu weit weg gerade so ein bisschen. Aber vielleicht nochmal dazwischen gehen. Vielleicht... Oh, schade, Mann. Ah. Es macht so Spaß gerade. Ich liebe einfach gerade alles daran. Es macht... Oh Gott. Oh Gott. Es macht wirklich Spaß. Auch wenn es nicht danach aussieht. Ich bin durch, oder? Ein Touch noch. Ja, Mann. 1 zu 0 für uns. Es macht halt so Spaß. Wenn das Spiel Spaß macht... Oh, sie faken den Kick-Off-Passing-Play. Aber kann ich gut antizipieren. Es gab ja vor ein paar Wochen auch eine Phase, wo mir das Spiel nicht so großen Spaß gemacht hat. Deswegen habe ich mich ja auch runtergerankt bei Ones und so. Aber mittlerweile... Ich bin wieder gedanklich und mental... Ist dasselbe, glaube ich. ...wieder voll da. Oh, das war nicht gut von mir. Ich bin hart Outplayed. Kryzl muss irgendwie Regeln. Schaffte aber erstmal... Oh, ich bin wieder Inplayed. Redirect. Oh, mein Gott. Habe ich schon erwähnt? Wie viel Spaß mir das Spiel aktuell macht. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Wichtiger Save von mir. Kryzl kommt nicht mehr ran. Aber das ist es, glaube ich. Wenn wir die Runde jetzt nicht mehr aufgeben... Oha, zu dir, Kryzl. Dann haben wir es. Dann sind wir... Grant. Oh, ja. Nein. Oh, oh. Oh Gott. Es ist manchmal aber auch so minimale Sachen. Innenpfosten raus. Bei uns gehen sie aber auch grundsätzlich nicht Innenpfosten rein. Wir brauchen jetzt nur ein Tor. Und dann sollten die eigentlich aufgeben. Ganz, ganz wichtig. Aber vielleicht Pinch. Jetzt keins mehr zu fangen. Also vielleicht doch lieber ein bisschen bedachter spielen. Weil kann ich nochmal touchen? Habt eh keinen Boost mehr. Ich gehe jetzt mal nach hinten. Das ist gefährlich. Wird auch noch weggerammt. Aber Boost. Boost habe ich bekommen. Mitte. Rein vielleicht. Ja, nochmal. Rein vielleicht. Der ist gut. Gegner dazwischen. Nochmal vielleicht. Jetzt. Der ist nochmal gut. Den bekomme ich nicht mehr richtig runter. Wird gerammt. Ich muss ganz schnell. Nach. Ist okay, oder? Ist es so? Oh, habe ich. Oh, wichtig. Und jetzt nochmal. Ja. Und. Warte mal. Den bekomme ich rein. Den bekomme ich rein. Den bekomme ich. Oh, ja. 3 zu 0. Das ist es, oder? Wir müssten Grand Champion sein. Oh, ähm. Nein. Noch ein MMR bis zu Grand Champion. Ich möchte nicht darüber reden. Genau das ist mein Leben. Egal, wie gut ich mich anstelle. Wie oft ich es versuche. Ich bin immer ganz knapp daneben. Okay, so schlimm ist es nicht. Aber es ist gerade so ein kleiner Dämpfer. So mental für mich. Nicht, weil ich dachte, wir hätten es jetzt schon. Aber dann bekomme ich halt nur plus 8 MMR. Ja, wow. Toll. Dankeschön für gar nichts, Rocket League. Oh, der. Na, ich gehe da weg. Okay, gerade bin ich ziemlich wild drauf. Erstmal nach. Ja, der ist. Erstmal in die Mitte, in die Defensive stellen. Zum Absichern. Der Ball kommt. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief. Eigentlich sehr gut. Aber ich gehe da ganz blöd nach oben. Demo bekomme ich nicht. Aber wichtig. Er musste kurz abbremsen. Aber ich bin gerade ein bisschen geknickt. Es tut mir leid. Aber wir müssen die Runde ja, blöder 50, ja trotzdem nur noch einfach gewinnen. Aber es ist mental gerade sch... Oh ja, gut. Oh, ich bin durch, ne? Ich habe keinen Boost mehr. Ich habe keinen Boost mehr. Bekomme ich den noch? Okay, ich bin mental gebrochen. Ich habe... Nein, ich, ich... Oh Gott. Ja, ist aber okay. Ich, ich... Nein. Warum zieht mich sowas so enorm... Äh... So... Okay, nein. Alles gut, eins zu eins. Es ist alles wieder drin. Es ist alles gut. Ich... Ja, nein. Ich denke einfach jetzt positiv. Muss ich ja irgendwie... Es ist... Oh, das ist... Oh, hast du wichtig. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Okay, machst du selber erstmal, okay? Ja, hinter dir wurdest du fast weggerammt. Aber es ist okay. Schade, Mann. Crystal, mach es einfach, bitte. Oh nein, blöder 50. Crystal, kannst du mich einfach die Runde jetzt carryen? Verpest dich, du... Bitte komplett hart. Ich möchte einfach nur Grand Champion werden. Mach du einfach den Ball rein. Und ich stehe hinten und bewache das Tor. Ich... Ich kann das nicht mehr. Ich bin nervlich am Ende. Oh, der ist nochmal gut weggespielt. Crystal, du... Let's go. Mach ihn. Ich bin so nervlich. Komplett am Ende. Wirklich. Okay, da kann ich nochmal auf eine Demo fahren. Ich bekomme heute keine Demos hin. Ich bin im Zor. Du machst das schon. Ich... Ich komme gar nicht mehr großartig mit. Aber wir brauchen einen Zor, ne? Ich muss... Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Leute, ich bin nervlich am Ende. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich möchte auch nicht mehr. Ich möchte auch einfach nur die Runde gewinnen. Der Ball kommt. Nochmal ein Touch von ihm. Ist aber okay. Flip-Reset zum Gegner. Richtig gut gemacht von dem Blauen. Aber ich kann es da nicht gut umsetzen. Nochmal hochgehen. Ball habe ich nicht. Keinen Boost mehr. Ich muss nach hinten. Du gehst drauf. Bitte kein Gegenteuer. Jetzt fangen bitte nicht. Wir hatten es fünfmal auf dem Fuß. Fünfmal mindestens. Und wir machen... Oh, warte mal. Den kann ich... Ich bin durch, oder? Oh mein Gott. Okay. Zwei zu zwei. Jetzt nur ein Zor. Oh mein Gott. Bitte keine Overtime. Noch 30 Sekunden. Bitte nicht. Ja, Ball ist gut. Nochmal dazwischen gehen. Ich brauche aber dringend Boost. Ich hole mir mit Boost. Crystal auch. Ich gehe nach ganz hinten. Ich... Ich bin kurz mal leise. Okay. Okay. Einmal ganz kurz konzentrieren. Für dich nochmal, Crystal. Hier. Wichtig. Schön. Ja, okay. Das Grand Champion Spiel. Plus eine Over... Oh, warte mal. Jetzt einmal konzentrieren. Dom. Time to shine. Jetzt. Time to... Sch... Ja! Oh. Oh mein... Oh mein Gott. Es ist... Ist es das? Bin ich jetzt Grand Champion? Habe ich es jetzt endlich geschafft? Ja, es hat gereicht. Ich bin Grand Champion.